Die Momente der Unbedeutsamkeit, schon das Knackgefühl, das ein vom Wind bewegtes Blatt, ein vom Wind zerknittertes Blatt von sich gibt, beweist, dass jede Strukturmaterie in seiner elastischen Widerständigkeit oder Steifheit versucht, sich seiner Formauslenkung zu widersetzen, so wie dies der Ast tut, der mit lautem Knacken bricht. Das ist die Warnung ans Reale. Pass bloß auf, gleich breche ich, du gemeines Ding, du.